Am frühen Morgen zum Frühstück ein Riesenlärm, der sich hier ganz anders anhört, aber in unmittelbarer Nachbarschaft eine Kreissäge. Das braucht man nicht zum Aufwachen, oder? Also das Füttern ist unermüdlich hin und her, die Eltern sind sehr fleißig, aber irgendwo ist das ja auch klar. Je größer, desto Hunger. Also Flugverkehr ist deutlich mehr geworden und ich werde wieder versuchen, gleich einen Blick ins Nest zu werfen und zu schauen, wie die Bürschchen, und es sind vier, es sind nur noch vier, ich habe es gezählt, sich entwickelt haben. Aus der Ferne ist wenig zu sehen, also muss ich wieder ganz nah ans Nest gehen. Man sieht jetzt aus der Ferne schon, wie sie die Schnäbel aufsperren, also müssen sie größer geworden sein. Man wartet noch auf das Futter. Die Augen sind offensichtlich noch zu. Was haben die für Frisuren? Na, die sehen aus wie kleine Punks. So, dann schauen wir mal noch ein wenig zu und gehen dann zum nächsten Tag. Das sieht ja grandios aus. Dieser Pflaumen da auf dem Kopf. Also, weiter geht's morgen.